Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video von mir. Wir haben gerade Sonntagabend und ich drehe jetzt schon ein kleines Intro für meinen Vlog. Und nächste Woche ist Snowcoming Woche, also so ein bisschen wie Homecoming Woche, nur es ist einfach nur Snowcoming, also einfach nur ein Grund, um so ein Schuldance zu haben. Und genau, ich freue mich voll und ich dachte mir, es ist so voll die gute Gelegenheit, um so einen Wochen-Vlog zu drehen. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video und dann würde ich sagen, reden wir gar nicht mehr lange drum rum und fangen einfach direkt an mit dem Vlog. Guten Morgen, meine Freunde. Oh, meine Stimme. Uiuiui. Ähm, wir fahren jetzt. Na? Wir haben gerade 6 Uhr. Und wie man vielleicht unschwer erkennen kann, es nicht erkennen könnte, bin ich im Gym. Oder Schule. Weil ich dachte, ich würde keine Zeit haben. Wuh. We have a great day for you two days. Hallo. No, hallo. Hallo. No, we can speak English though. We're going to school with Starbucks. Ich hab keine Idee. No, keine Ahnung. We're going to Starbucks. No, we're going to school with Starbucks. And we... We're taking... You want to be in my YouTube video? Yeah. Oh, is it? We're taking a quiz now. Yeah, that no one warned me about. You didn't even know. I've tried and I can just not find a correct one. What about my workforce? Oh. Decent men and one by one. They're my plan. My men. Who are you? Look at it. The sky is super pretty. And we're going to start on a walk. Zusammen. I'm happy. Ich weiß, man sieht es gerade nicht gut, aber der Sky, der Himmel, ist richtig schön. Und da ist mein Hund. Komm, wir gehen. Wir haben jetzt Dienstagmorgen. Ich habe mir gerade eins mit dem Ding gemacht. Mit Kokosnuss, Proteinpulver, Früchten, Mango, Ohrsaft und Mandelmilch. Und dann habe ich mir dabei noch Erdbeeren geschnitten für Lunch. Chilling at the bus stop. Waiting for the bus. Und es ist wieder Weißdress. Okay, aber ich bin diese Woche einfach echt blessed mit schönen Himmeln, oder? Und da hinten geht die Sonne unter. Wir haben schon Abend und meine Freundin hat mir gerade geschrieben, war so, ey, hast du Bock auf shoppen gehen? Und deswegen, I guess, gehe ich jetzt mit zwei Freundinnen shoppen. And she hasn't been worked on anymore. Yeah, I heard you. I got some balls. I heard you. Why do you suck at that? Three or four are she in there. I have quarters, I think. I have quarters. I can. Not everyone can. Oh boy. She's never afraid. Just picture everybody naked. Me, I was told. When I was small. Just let it tread. Hello. Ich bin das Video gerade am Schneiden und ich dachte mir, ich erkläre die kommende Situation mal gerade. Also Basketball Season ist offiziell rum, aber unsere Schule hat es halt in so die District, die so Spiele geschafft. Und es war halt dann so ein Away Game, also an einer anderen Schule. Und unsere Schule dachte sich, sie organisiert so einen Fanbus, so für alle Schüler. Und ich habe mich gerade angemeldet, dann sind wir halt in so einem Fanbus so zu dieser Schule gefahren. Also nur, dass es einmal kurz erklärt ist, was da so in den nächsten Szenen abgeht. Und was vielleicht auch noch ganz geil zu erzählen wäre, ist, das war da so, das Thema war so tropical. Also nicht wundern, dass so alle so Blümchenketten und Tauchermasken und sowas anhaben, so alle ein bisschen Aloha sind. Ja, das ist so cool. Autumn. Autumn. Oh my gosh. Oh my gosh, we missed that. I'm zooming into the sun. Is this not working? It's golden hour. You guys can get the whole rest. You're doing it! Woooo! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Und ja WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Du hast mir vorhin gesagt, ja. Wie sieht sie aus. Ja, sie sieht aus. Guten Morgen. Wir haben jetzt Samstag. Und heute ist es in Patrick's Day. Deswegen gehen meine Gastmutter und ich jetzt für erst auf so eine Parade in die Stadt. Und danach ist dann Snow coming. Wie sieht es aus? Das ist mein Kleid. Das ist so. Das ist jetzt meine fertigen Haare und mein fertiges Make-up. Und das ist mein Kleid. Ich freue mich, wir paaren jetzt gleich und ich bin aufgeregt und ich fühle mich sehr, sehr schön. Und ich bin übrigens von einer Freundin zu Hause. Also nicht wundern wegen dem anderen Hintergrund. Das war es jetzt auch schon wieder mit meinem Video. Ich habe leider bei dem Snowcoming-Dance an sich nicht so viel mitgefilmt, aber es war eigentlich ganz cool. Es war ähnlich wie Homecoming, aber es war diesmal halt indoors. Also ja, es war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung. Und ja, ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und ja, tschüssi!